Hallo, mein Name ist Reinhard Kuhnert und ich habe gerade den Roman von Carsten Henn der Geschichtenbecker eingelesen. Ich habe ja schon mit großem Vergnügen den Roman Der Buchspazierer den Hörern erzählt. Und diesmal geht es um die Prima Ballerina Sophie, deren Karriere als Tänzerin abrupt beendet wird. Und die Frage, wie findet sie nun einen neuen Weg in ihrem neuen Leben mit allen Höhen und Tiefen, davon erzählt das Buch und der Roman. Mehr will ich aber nicht verraten. Und jetzt wünsche ich allen viel Spaß beim Hören, aber auch Mitgefühl mit den um Romanen handelnden Menschen. Denn wenn einem Autor das gelingt, dann ist es für mich ein gutes Buch. Für alle, die neu beginnen Wenn du ein gutes Brot backen kannst, hast du verstanden, welche Zutaten du für ein glückliches Leben brauchst. Giacomo Bottura, Bäcker Kapitel 1 Kruste Wie lange kann man weiter tanzen, wenn die Musik zu Ende ist? Das fragte sich genau ein Mensch im Konzerthaus der Stadt. Der Saal war eine Schmuckschachtel, voller Gold und Schnörkel, voller Stuck und Bordüren. Alles schien zu sagen, dass Zeit hier keine Rolle spielte, es egal war, welches Jahr man gerade zählte, welchen Monat, welchen Tag. Aber Zeit verging. Und das war Teil des Problems. Sophie Eichner saß an Reihe 5, Sitz 34. Obwohl es ein gepolsterter Sitz war, schien es ihr, als fiele sie ins Bodenlose. In Filmen sah man manchmal Menschen rücklinks und immer in Zeitlupe in ein weiches Daunenbett sinken. So fühlte es sich gerade auch bei ihr an. Rücklinks. Zeitlupe. Nur das Daunenbett fehlte. Die Musik hatte für sie eigentlich schon vor über drei Monaten aufgehört zu spielen, als eine Verletzung die Nadel vom Vinyl gerissen hatte und der Intendant die Gelegenheit nutzte, sich ihrer schnell zu entledigen. Schließlich hatte er schon lange eine Nachfolgerin ins Auge gefasst und diese im letzten Jahr, so oft es ging, für Gastrollen ins Konzerthaus geholt. Einen aufsteigenden Stern. Noch dazu genau sein Typ Frau. Irina Nijinsky. Schon ihr Name klang wie Tanz. Zwei entschlossene Schritte mit durchgedrücktem Rücken, dann ein sanftes Ausgleiten. Gefolgt von sprachlosem Staunen. Die neue Prima Ballerina des Konzerthauses schien nur aus Luft zu bestehen, so wehte sie über die Bühne. Vielleicht war Irina in ihrem früheren Leben ein Blatt gewesen, dachte Sophie. Ein unschuldiges Ahornblatt, das sich im Herbst erst gelb und dann rot verfärbte, das keinerlei Schuld auf sich geladen und als Belohnung dieses Leben hier erhalten hatte. Den Hauptgewinn im Karma-Lotto. Nach Sophies Verletzung hatte Irina sich kein bisschen dafür stark gemacht, dass sie noch eine Chance erhielt. Ganz im Gegenteil. Irina hatte ihre eigene mit aller Kraft genutzt. Deshalb stand sie jetzt oben auf der Bühne, wohingegen Sophie mit ihrem Mann Florian auf den besten Plätzen, den Ehrenplätzen saß und hören musste, wie die wunderschöne Musik für jemand anderen spielte. Von hier konnte Sophie das Bühnengeschehen perfekt auf Augenhöhe bewundern und die Klänge des im Graben spielenden Orchesters trafen sie mit Wucht und Transparenz. Es war unerträglich. Und wie, um sie zu verspotten, gaben sie auch noch La Belle au bois d'en mort, besser bekannt als Dornröschen zur berühmten Ballettmusik von Tchaikovsky. Es war Sophies Stück. Kein anderes hatte sie so oft getanzt, keine ihrer Rollen war so gelobt worden. Sie habe dieses Ballett zu ihrem gemacht, hieß es in der Presse. Irina setzte ihr zu einem Grand Jeté an, dem Spagatsprung, bei dem man mit einem Fuß abhob und sanft auf dem anderen landete. Das Grand Jeté war Sophies besondere Spezialität gewesen. Niemand hatte die Beine eleganter, schwungvoller, exakter als sie gehoben, niemand sich länger in der Luft gehalten. Immer noch schmückte ein zweimal drei Meter großes Foto von ihr bei diesem Sprung das Foyer. Das Publikum hielt den Atem an. Sophie spürte, dass sie nicht mehr atmen konnte, die Luft sich in ihr zusammenpresste, ihre Lungen verhärtet wie aus Stein. Sie stand auf. Im selben Moment hafteten alle Blicke an ihr, als wäre sie ein Fliegenfänger. Sophie wandte sich schnell nach links und ging in Trippelschritten seitlich an den Sitzenden vorbei, den kleinen Spalt zwischen Knien und der Rückseite der Stuhlreihe nutzend. Frau Malevsky, Herr Stromer samt Frau Adelheit, Frau Schneiderling und Herr Barberi saßen dort. Die Macht im Förderverein. Sie hatten diese Plätze seit jeher inne und würden sie unter Androhung des Todes nicht hergeben, sondern irgendwann hultvoll vererben. Zwei von ihnen drehten die Knie pikiert zur Seite. Adelheit Stromer und Frau Schneiderling. Zwei rückten extra nach vorne, um Sophie den Durchgang zu erschweren und damit gegen ihre Störung zu protestieren. Herr Stromer und Frau Malevsky. Herr Barberi rührte sich überhaupt nicht, als käme Sophie nicht vorbei. Er weigerte sich, gestört zu werden, blickte einfach durch sie hindurch, innerlich hoffend, dass ihn der Rest des Publikums für seine stoische Haltung bewunderte. Sophie lächelte entschuldigend, obwohl ihr gar nicht danach zumute war. Aber wer professionell tanzte, konnte lächeln, selbst wenn der Körper schrie. Lächeln bedeutete, bestimmte Muskeln anzuspannen. Es war kein Gefühl. Immer wieder flüsterte sie, Entschuldigung, bis es zu einem Mantra wurde, dass sie nicht mehr zu den anderen Besuchern, sondern zu sich selbst sagte. Entschuldigung. Sophie, dass ich dich enttäuscht habe. Und alle da oben auf der Bühne. Sie wusste, wie schrecklich es für Tänzerinnen und Tänzer war, wenn jemand im Publikum aufstand. Es riss einen aus der Konzentration und unwillkürlich tauchte die Frage auf, was man falsch gemacht hatte. Wenn es wie heute bei einer Premiere geschah, gesellte sich die Angst dazu, ob die Choreografie misslungen war und gleich weitere Personen den Saal verlassen würden. Sophie wurde hektischer, spürte die unzähligen Blicke wie Nadelstiche auf der Haut. Dazu Kopfschütteln, Naserümpfen, Schnalzen. Immer noch konnte sie nicht durchatmen, war da dieses Brennen in den Lungen. Sophie sah nicht mehr in die Gesichter, lächelte nicht mehr, senkte den Kopf, ihr in der Kindheit strohblondes, jetzt nussbraunes Haar wie ein Vorhang vor dem Gesicht, schaute nur auf Füße und Knie. Die schwere, zweiflügelige Tür, die hinaus ins Foyer führte, erschien ihr viel zu weit entfernt. Fast fiel sie, fast wollte sie fallen. So schnell es ging zum Ausgang, aber ohne zu rennen, so schnell es ging in ihrem engen und knöchellang geschnittenen, goldblitzernden Abendkleid. Ein Blitz, dann nochmal. Sie schossen Fotos von ihr. Es wurden mehr. Wo die Schranke des Anstands niedergerissen war, trampelte der Mob anstandslos darüber. Weitere Blitze, näher jetzt. Dann ein Rumpeln. Das Publikum sog die Luft ruckartig ein. Sophie blickte sich um und sah Irina auf der Bühne liegen. Sie musste gefallen sein. Irina fiel nie. Sophie presste die Lippen so fest aufeinander, dass sie gefühllos wurden. Dann war sie durch die Tür. Hinaus aus der Dunkelheit des Saals in die strahlende Helligkeit des nahezu menschenleeren Foyers. Sie musste die Lider senken. Trotzdem schnell weiter über den glatten weißen Fliesenboden zum Münsterplatz, der vom Nieselregen glänzte und dessen Pflastersteine rutschig waren, wie mit Seife eingeschmiert. Erst als sie auf diesem unsicheren Grund stand, konnte Sophie endlich wieder atmen. Sie blickte hinter sich. Florian war ihr nicht gefolgt. Sophie musste nur kurz überlegen, was sie nun tun sollte. Gehen. Nach Hause. Es war erleichternd, Meter um Meter zwischen sich und das Konzerthaus zu bringen. Die Stadt tat ihr gut. Menschen, die nicht tanzten, sondern an diesem kühlen Aprilabend durch den Regen huschten, oft leicht gebückt, als würden sie dann weniger Tropfen treffen. Dabei boten sie ihnen auf diese Weise sogar mehr Fläche.